Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für saadisches Kaninchen. Das saadische Kaninchen sollte als einfacher Einstieg eine Anregung aus der saadischen Küche sein, um sich selbst mal an die Zubereitung von Kaninchen zu wagen. Das köstliche Fleisch von Kaninchen kommt in Österreich oder Deutschland nur selten auf den Tisch. Dabei mundet dieses zarte und fettarme Fleisch hervorragend mild, ähnlich Geflügelfleisch. In Italien oder Frankreich finden sich wesentlich mehr Liebhaber dieses edlen Fleisches, das nicht schwerer zuzubereiten ist als Kalbsfilet. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Saadisches Kaninchen Ganzes Kaninchen, ca. 1,5 kg. Kaninchenleber Vier Schalotten Fünf Knoblauchzehen Sechs große, vollreife Tomaten außerhalb der Tomatensaison auf eine große Dose, ca. 800 Tomaten zurückgreifen Halbe bunt frischer Thymian Vier frische Rosmarinzweige Vier frische Lorbeerblätter 250 ml guter trockener Rotwein, z.B. Muskatella oder Blaufränkischer Ein Esslöffel eingelegte Kapern Drei Esslöffel Kapernbeerenmarinade 100 g grüne Oliven mit Kern 5 Esslöffel gutes extra natives Olivenöl Garnitur Einige frische Thymianzweige Acht große Kapernbeeren Weitere Zutaten Eventuell, etwas Kaninchen oder Wildfond Salz, frischer Pfeffer aus der Mühle Folgende Utensilien werden benötigt Messer, Schneidebrett, einige Schüsseln, Backgitter, Messbecher, Römertopf, Bräter mit Deckel, Pfannenwänder, ein Esslöffel, Küchenpapier Zubereitung Vorbereitung Saatisches Kaninchen Den Römertopf, auch wenn er innenglasiert ist, zunächst mindestens 30 Minuten in Wasser einweichen Das Kaninchen waschen, gut trocken tupfen und in 10 bis 12 Stücke zerteilen Die Kaninchenleber waschen, gut trocken tupfen und in feine Würfel schneiden Dann die Schalotten schälen und je nach Größe vierteln oder achteln und in feine Würfel schneiden Den Knoblauch schälen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden Die Tomaten unter warmem Wasser waschen, gut trocken tupfen, vierteln und den Stielansatz entfernen Den Thymian und den Rosmarin waschen und gut trocken schütteln Das Backrohr bei auf 190 Grad Celsius vorheizen und ein Backgitter auf der zweiten Einschubleiste von unten einschieben Den Bräter auf der Herdplatte erhitzen und das Olivenöl darin heiß werden lassen In der Zwischenzeit die Kaninchenteile mit Salz und Pfeffer würzen Dann die Kaninchenteile im heißen Olivenöl rundum anbraten Danach die Kaninchenleber, den Knoblauch und die Schalottenwürfel zugeben und noch kurz anrösten Danach den Bräterinhalt in den Römertopf geben, diesen ohne Deckel in das heiße Backrohr auf das Backgitter stellen und das Fleisch etwa 10 Minuten braten Den Römertopf aus dem Backrohr nehmen und den Bratensatz mit dem Rotwein ablöschen Die Kapern und die Kapernmarinade zugeben und das Fleisch kräftig mit Salz und Pfeffer würzen Den Rosmarin, Thymian und die Lorbeerblätter im Römertopf verteilen Die Tomatenviertel und die Oliven zugeben Den Bräter mit einem Deckel verschließen und im heißen Backrohr weitere 25 Minuten schmoren Eventuell, während des Schmorens mit etwas Kaninchen oder Wildfond aufgießen Fertigstellung Während das Kaninchen schmort, für die Garnitur den Thymian waschen und einige schöne Dolden abschneiden Die Kapernbeeren aus der Einlegeflüssigkeit heben und abtropfen lassen Das fertig geschmorte Kaninchen aus dem Backrohr nehmen Die Kaninchenteile und das Schmorgemüse aus dem Römertopf heben und warm stellen Den Bratenfond, falls gewünscht, noch etwas reduzieren Zum Schluss die Thymian- und Rosmarinzweige und die Lorbeerblätter entfernen und die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken Die Kaninchenteile mit dem geschmorten Gemüse portionsweise auf vorgewärmten Tellern anrichten Mit der Soße untergießen, mit etwas frischem Thymian und den Kapernbeeren garnieren und sofort noch heiß servieren Als Beilagen eignen sich Hervorragend schmeckt dazu schnell gemachtes, überbackenes Parmesanbrot Ebenso frische, selbstgebackene oder vom Bäcker besorgte Ciabatta, Baguette, Pide oder Weißbrot Sehr gut auch in gutem Olivenöl oder Butter beidseitig je ca. 5 Minuten geröstete, danach mit Salz und Pfeffer gewürzte und mit einer halben Knoblauchzehe bestrichenen Scheibe frisch gebackenes oder vom Bäcker besorgtes Baguette, Ciabatta, Pide oder Weißbrot Weinempfehlung, einen saadischen Nuragus Dai Chaliyari, wenn man ihn denn bekommt Diese Varianten gibt es Wer die Chance hat, einen Hasen von einem Jäger zu erstehen, kann das Gericht mit diesem köstlichen Wildfleisch als saadischer Hase zubereiten Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!